Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Lass uns reden, den APTA-Talk. Live heute aus dem Studio hier in Berlin im Apothekenhaus. Mein Name ist Dana Bethgenhagen, ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel Background für Gesundheit und E-Health und ich darf Sie heute ein bisschen durch den Abend führen und zunächst einmal meine Gesprächspartner heute vorstellen. Mit dabei ist Hausherrin und APTA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Bethgenhagen. Direkt neben mir sitzt Dirk Heidenblut, langjähriger Abgeordneter bei der SPD-Bundestagsfraktion und auch Berichterstatter für die Apotheken. Von daher hier genau richtig, denn wir haben heute tatsächlich einiges zu bereden, wie Sie zu Hause an dem Bildschirm wahrscheinlich auch wissen. Wenn Sie auch mitreden wollen, dann können Sie das heute auch tun, und zwar über die E-Mail-Adresse lasstunsreden.apta.de oder Sie können auch über Facebook Ihre Fragen stellen, und die werden mir dann hier live auf meinen Bildschirm geliefert und ich versuche, sie so gut es geht unterzubekommen. Ja, was gibt es heute zu bereden? Wir haben einiges mit dabei. Der Koalitionsvertrag hat uns eine Menge Stoff geliefert. Wir wollen unter anderem über die regionale Versorgung sprechen, interprofessionelle Zusammenarbeit und die Novellierung des Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetzes. Aber wir wollen erst einmal beginnen mit dem wohl wichtigsten Thema, nämlich mit den Finanzen. Uns alle hat so ein bisschen überrascht, Frau Oberwiening, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, wofür wir den Entwurf sehr überraschend bekommen haben. Demnach soll der Apothekenabschlag auf zwei Euro erhöht werden. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, was würde das denn für die Apotheken bedeuten? Vielleicht fange ich noch ein kleines bisschen anders an, wenn ich das darf. Wir haben uns wirklich sehr auf heute gefreut, weil ja auch der Koalitionsvertrag sehr viele Optionen beinhaltet, für die wir auch sehr dankbar sind. Die pharmazeutischen Dienstleistungen sollen ausgebaut werden, die Apotheke vor Ort in ihrer Regionalität soll gestärkt werden, als Infrastrukturelement nochmal hervorgehoben werden. Und das waren jetzt für uns sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Und so habe ich auch Herrn Heidenblut verstanden, auch im Interview vor wenigen Tagen, dass das eben sehr wichtig ist für ihn und für seine Partei. Und so sieht es ja auch eben im Koalitionsvertrag aus, dass es die Apotheken gestärkt gibt. Und wenn dann mehr Geld für die Apotheken zur Verfügung stehen soll, wie es im Koalitionsvertrag steht, und dann aber gestern ein solcher Referentenentwurf hier zu uns ins Haus flattert, wo doch den Apotheken jetzt anstatt, dass etwas dynamisiert wird, um eine Zukunft zu gestalten, etwas weggenommen wird von dem eh schon sehr knappen Salär, was wir bekommen, dann ist das natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, für uns alle auch in der Standespolitik, wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist eine große Enttäuschung und hat gestern wirklich richtig zu Irritationen geführt und zu Verärgerungen geführt. Denn man muss ja schon sagen, wenn wir zwei Euro statt jetzt 1,77 Euro Kassenabschlag zahlen sollen auf jedes Medikament für die nächsten zwei Jahre, da steht in diesem Referentenentwurf, das seien 170 Millionen. Ich weiß nicht, wer das gerechnet hat. Auf jeden Fall niemand, der irgendwie Mathematik in der Schule hatte. Denn die Summen, auf die wir kommen, die sind viel, viel höher. Sie haben 23 Cent, dann weniger pro Packung. Wenn Sie dann auch noch weiterlesen, soll die Mehrwertsteuer möglicherweise auf Arzneimittel auf 7 Prozent gesenkt werden, was ja erstmal auch ein Ansinnen ist, was wir mittragen können. Nur, auch da muss man bedenken, der Kassenabschlag von 1,77 Euro, der beinhaltet ja die Mehrwertsteuer. Das heißt, man muss hier dann, bevor man so etwas tut, erstmal den Kassenabschlag als Nettobetrag, am besten im SGB V, also im Gesetz, definieren, damit wir dann unabhängig sind, was unsere eigene Belastung betrifft, wenn eine Mehrwertsteuererhöhung oder Reduktion, wie auch immer, stattfindet. Würde man die dazu rechnen, dann liegen wir bei 38 Cent pro Packung, die wir weniger bekommen. Das ist bezogen auf die 8,35, liegen sie da bei 5,5 Prozent Reduktion. Das kann die Apothekerschaft so nicht tragen. Ja, da habe ich auch schon tatsächlich die ersten Wortmeldungen bekommen zu dem Thema. Einmal fragt Susanne Mörtel, der Krankenkassenabschlag ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Wann wird er endlich abgeschafft, ist hier die Frage. Heidenblut, wie sehen Sie das denn? Also zunächst mal, Sie haben gesagt, das Gesetz hat Sie überrascht, mich noch mehr. Und zwar auch rein zeitlich, weil Sie hatten es, glaube ich, gestern Abend, ich habe es kurz bevor ich hier hingekommen bin, bekommen. Und es ist ja der Referentenentwurf, das heißt, der ist aus dem Ministerium. Das ist noch kein parlamentarisches Verfahren. Das heißt, wir Parlamentarier sind an sich daran noch gar nicht beteiligt. Insofern muss ich mir das tatsächlich jetzt erst angucken. Ich war auch eher davon ausgegangen, dass Reformen bezogen auf die Apotheke, gerade auch die Apotheke vor Ort, eher in eine andere Richtung geht. Und bin etwas verwundert, gebe ich zu. Aber viel mehr kann ich dazu tatsächlich im Moment auch nicht sagen. Weil, wie gesagt, ich habe den Referentenentwurf nicht mal lesen können. Und hätten Sie mir nicht gerade gesagt, dass das drinsteht, hätte ich es gar nicht gewusst. Ja, also da müssen wir noch abwarten, fürchte ich. Da können wir jetzt aktuell noch nicht so viel sagen. Da kann ich jetzt leider, da sind wir zu frisch sozusagen. Müssen wir das Interview morgen oder immer morgen wiederholen, dann kann ich es wenigstens lesen. Wir freuen uns bestimmt, wenn Sie noch mal vorbeikommen. Ist ihr sicher, Frau Oberwiening? Ganz sicher. Warten wir mal ab. Ja, genau. Aber vielleicht gehen wir dann erst mal ein paar andere Themen noch aus dem Koalitionsvertrag durch, über die sich die Partner noch verständigen müssen. Ich habe ja auf meinem Zettel noch die regional orientierte Versorgung. Die wolle man laut Koalitionsvertrag stärken, Heidenblut. Und was bedeutet das denn für die Apotheker? Welche Ideen hätten Sie denn diesbezüglich? Die Zahl der Apotheken sinkt ja leider seit einigen Jahren, wie wir alle wissen. Was können Sie den Apotheken vielleicht schon mal mit auf den Weg geben? Naja, also genau dieses Sinken der Zahl der Apotheken wollen wir ja verhindern. Vor allen Dingen dort, wo wir auch strukturell möglicherweise inzwischen oder schwach aufgestellte Gebiete haben. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es auch attraktiv ist, in solchen Regionen und an bestimmten Stellen Apotheken aufrechtzuerhalten und zu betreiben. Weil wir wissen ja sehr genau, die Apotheke vor Ort ist in aller Regel auch der Anzugspunkt dann für die ärztliche Versorgung, für viele andere Dinge drumherum. Und wir haben auch eine Menge Menschen, also ich komme jetzt aus einer Region, die sehr überaltert, die gar nicht weite Wege in Kauf nehmen können und für die allerdings auch, da gehöre auch ich schon zu, so Fragen wie gerade bei Medikamenten einfach mal bestellen, überhaupt nichts ist, weil man auch das Vertrauen in den Apotheker, die Apothekerinnen vor Ort braucht, weil man die Information braucht, die Beratung braucht. Und deswegen ist die Stärkung der regionalen Versorgung aus meiner Sicht, und das findet sich im Koalitionsvertrag dann ja auch an vielen Stellen wieder, und jetzt haben wir gerade über den kontraproduktiven Punkt gesprochen, eigentlich eine Frage, die sich durch Stärkung der finanziellen Situation der Apotheke vor Ort ergibt, weil nur die sorgt dafür, dass sie erstens regional besser verankert ist und dass zweitens auch eine vernünftige Bezahlung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen kann. Auch das ist ja kein uninteressanter Punkt, wenn man mal an Fachkräftemangel und Enkels denkt. Ja, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf auf das Thema, ein ganz wichtiges, aber Frau Ober-Wiening, mich würde noch interessieren, welche Ideen haben Sie dann? Wie kann das denn in der regionalen Versorgung besser laufen in Zukunft? Also wichtig wäre einerseits natürlich die finanzielle Absicherung, das ist einfach entscheidend, wenn ich an einer Stelle, egal wo sie ist, davon nicht mehr leben kann, dann kann ich diese Versorgung da auch nicht mehr aufrechterhalten. Also wir müssen sehen, dass eine ordentliche Vergütung der Apothekerinnen, Apotheker, der Apotheken wieder stattfindet. Dann ist sicherlich ein Ausbau der pharmazeutischen Dienstleistungen sehr, sehr begrüßenswert, wie es im Koalitionsvertrag steht. Da haben wir zurzeit die Schwierigkeit, dass wir mit den Krankenkassen noch nicht einig sind, welche pharmazeutischen Dienstleistungen jetzt tatsächlich die Apotheker anbieten kann und vergütet bekommt. Das sind auf jeden Fall auch wesentliche Elemente, um auch den Apotheker in der Wahrnehmung durch die Menschen nochmal wieder anders und besser zu positionieren als echten Ansprechpartner für viele Fragen rund um die Gesundheit und die Arzneimitteltherapie. Und auch das muss ordentlich vergütet werden. Aber auch der Notdienst ist ein Thema, auch hier haben wir zwar die Notdienstpauschale in den letzten Jahren angehoben, dennoch ist da doch eine große Belastung in der Kollegenschaft. Wir wollen das ja, wir wollen ja auch 24 Stunden lang erreichbar sein. Und gerade da in der Fläche, wenn man viele dieser Notdienste macht, dann muss die Vergütung einfach auch da nochmal angepasst werden. Möglicherweise auch nicht nur die pauschale Vergütung, möglicherweise auch die Vergütung pro Rezept, dass da nochmal ein entsprechender Aufschlag kommt. Wir brauchen auch natürlich ausreichend Anerkennung und Reputation und die bekomme ich natürlich auch, indem ich noch etwas mehr Entscheidungsspielräume kriege. Ich sehe das oft im Notdienst, dann kann ich die Patienten nicht versorgen, weil ich die Entscheidungskompetenz nicht habe. Da kann man, glaube ich, auch sehr viel machen, gerade in der Fläche, wo die Arztdichte gering ist, wo es kaum Krankenhäuser gibt, wo auch die Apothekendichte gering ist, dass ich da doch mehr Entscheidungskompetenzen bekomme als Apotheke, damit ich gut versorgen kann. Wenn wir gerade, wollen Sie da nochmal einhaken? Ich wollte nur sagen, im Grunde haben Sie aber aufgezählt, was im Koalitionsvertrag steht. Ja, ganz genau. Weil genau das, nämlich die pharmazeutischen Dienstleistungen, halte ich übrigens auch wieder unter dem Gesichtspunkt Attraktivität der Tätigkeit, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen ganz wichtigen Punkt, aber auch für die Frage Verbindung zu den Menschen für einen wichtigen Punkt. Natürlich dann auch für die Arzneimitteltherapie Sicherheit als solche, weil die Apothekerinnen und Apotheker haben da die wohl. Aber eben auch die Frage Not und Botendienste, all das sind Punkte, die wir genau angesprochen haben und die wir uns auch vorstellen. Ich kann jetzt noch keine Details sagen, weil das muss ja von Koalitionspartnern abgesprochen werden und soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Aber die wir uns auch vorstellen, in all diesen Punkten hineinzugreifen und zu schauen, dass wir was verändern und verbessern können. Da darf ich nur eine kleine Ergänzung machen. Was uns auch stark belastet an etlichen Stellen, ist eine wirklich große bürokratische Hürde, die viel Kraft kostet, Ressourcen kostet und auch demotivierend sein kann. Auch da gibt es etliche Ansatzpunkte, wo wir uns da nochmal zusammentun können und schauen können, wo können wir da auch entlasten. Das wäre wichtig. Also Bürokratieabbau haben wir uns ja nicht nur bezogen auf die Apothekerinnen und Apotheker, sondern ganz grundsätzlich auf die Fahne geschrieben. Jetzt weiß ich, wenn so ein großes Thema grundsätzlich auf die Fahne geschrieben ist, um die Frage, was kommt da am Ende mal raus. Aber gerne kommen wir dazu auch ins Gespräch, was das sozusagen für Apotheken bedeuten kann und wo man ansetzen kann. Weil ich glaube auch, dass das immer wieder ein Punkt ist, der einfach zu einer Mehrarbeit führt, die am Ende, wenn wir bei den Pflanzen auch nicht vergütet wird, aber die natürlich Zeit kostet, die Ressourcen kostet und das ist schwierig und schlecht. Und häufig übrigens auch für Patientinnen und Patienten natürlich eine sehr unangenehme Geschichte. Ich habe verschiedene Fragen. Sie haben jetzt mehrere Punkte angesprochen. Jetzt muss ich schauen, wie wir das gut unterbekommen. Einmal zu den pharmazeutischen Dienstleistungen. Da fragt Robin Takwan Kuhl, das Apothekenhonorar sinkt. Kann man die pharmazeutischen Dienstleistungen exklusiv für die Vor-Ort-Apotheken lukrativer gestalten? Was ist die Position der ABDA? Und vielleicht fangen wir aber mit Herrn Heidenblut an. Was können Sie dann dazu versprechen vielleicht schon? Naja, also dass wir sie attraktiver gestalten wurden und das hängt aus meiner Sicht auch mit der Finanzierung zusammen. Wir haben ja auch sogar in der letzten Legislatur, Sie haben gerade gesagt, Sie sind sich noch nicht einig, wie wir es machen sollen, aber wir hatten ja eigentlich schon ein Paket auch auf den Weg gebracht. Aber ich glaube, das ist allerdings gerade exklusiv für die Vor-Ort-Apotheken eine Möglichkeit, sich auch nochmal sozusagen abzuheben und nochmal eine besondere Form auch der Vergütung, auch der Arbeit zu bekommen. Ja, überhaupt keine Frage. Also was ich zusagen kann ist, das steht im Koalitionsvertrag, genau diesen Punkt werden wir anpacken und der ist genau dafür auch gedacht, aber natürlich auch für eine bessere Versorgung vor Ort. Das muss ich auch immer dazu sagen. Es geht ja nicht nur darum jetzt, wir reden immer viel über Vergütung und Vergütungsanteile, es geht ja auch darum, dass, also ich komme jetzt auch unter anderem aus dem Präventionsbereich, Vorsorgebereich, dass wir an den Stellen auch Menschen andere Zugänge eröffnen und damit Verbesserungen bewirken. Also es ist ja nicht nur so, dass wir das Portemonnaie füllen, das ist sicherlich auch ein Aspekt, der dabei rauskommt, aber es ist auch so, dass ich für die Menschen eine weitere Möglichkeit schaffe, jemand, der eine hochqualifizierte Fachkraft, ein Heilberufler, Heilberuflerin ist, auch dann mit den Kompetenzen zu versehen und mit den Möglichkeiten zu versehen, da was zu tun. Und da sind die Dienstleistungen aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt. Was können Sie dann zu dem Thema noch sagen? Ja, ich möchte da unbedingt anknüpfen. Und Herr Heidenbutt hat es gerade schon so schön gesagt, das, was uns Apothekerinnen und Apotheker ausmacht, ist ja, dass wir dicht an den Menschen sind. Und das haben wir jetzt gerade in der Pandemie so bewiesen, dass wir resilienter, widerstandsfähiger, zuverlässigster Partner waren. Und die Menschen haben uns vertraut und das mit Recht und haben bei uns all das eben dann auch bekommen, was sie gebraucht haben. Auch die Politik hat das erkannt und zwar mit jeder Aufgabe, die wir übernommen haben, hat Politik das mehr erkannt und hat gesagt, oh, die Apothek in der Fläche, ja, bitte übernehmt doch das noch, bitte könnt ihr da noch helfen, dass die Menschen damit zurechtkommen, könnt ihr den Menschen hier noch die Dienstleistung angedeihen lassen. Und das haben wir alles umgesetzt und haben dadurch die Infrastruktur in der Fläche stabilisiert. Die Menschen haben gesagt, okay, ich werde hier in meinem Sprengel, in meinem Quartier, in meinem Ort gut versorgt über die Apotheke. Das heißt, ich habe eine stärkere Identifikation mit meinem Ort. Ich bleibe auch dann gerne da, weil da versorgt mich eben auch in gesundheitlichen Fragen die Apotheke in vielen Bereichen sehr gut. Wenn die Menschen da bleiben, dann können auch wieder andere Anbieter dort ansiedeln. Gibt es Untersuchungen da, wo ich eine Apotheke und ein Lebensmittelgeschäft habe, habe ich die Chance, dass die Infrastruktur wieder wächst. Wenn eins von beiden verschwunden ist, dann habe ich keine Chance, dass diese Infrastruktur wirklich wieder gesundet, denn Menschen ziehen nicht dahin, wo sie nichts finden an Angeboten. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, auch wenn wir über die alternde Gesellschaft nachdenken, wenn wir über die ganzen Herausforderungen nachdenken, die auch die digitale Welt mit sich bringt, wo Menschen vielleicht nach einem empathischen Kontakt lächzen, dann wären wir das genau in der Fläche. Und das jetzt zu fördern, das ist meines Erachtens die unbedingte Aufgabe der Politik. Da brauchen wir sie auch. Also wir brauchen die Politik da für die Rahmenbedingungen. Wir machen alles mit in diese Richtung, brauchen aber da natürlich den entsprechenden gesetzlichen Support. Darf ich da noch mal kurz einhaken, mit welchen pharmazeutischen Dienstleistungen rechnen Sie denn? Aktuell ist es ja im Schiedsverfahren, wie wir leider wissen. Welche könnten dann dazukommen? Ja, wir haben von unserer Seite her ein relativ breit gefächertes Angebot entwickelt. Eben auch Gradprävention, weil das ein ganz wichtiger Bereich ist, der ja oft zu kurz kommt. Also wie können wir sehr früh erkennen, ob jemand ein Herz-Kreislauf-Problem hat, gefährdet ist, einen Herzinfarkt zu bekommen, einen Schlaganfall zu bekommen. Wie können wir die Gefährdung bei einem potenziellen Diabetiker erkennen? Das wären Präventionsangebote, die wir gerne machen möchten, die aber die Krankenkassen zurzeit eben noch nicht annehmen möchten. Aber auch natürlich die ganzen Arzneimitteltherapie-Sicherungsangebote von Mediplänen erstellen, die dann verlässlich sind. Wir wissen, dass Medikationspläne heute nicht stimmen. Also die Menschen haben Medikationspläne in ihren Taschen und sie sind zu, ich glaube, das sind über 80 Prozent, sind sie nicht stimmig. Dass wir da intervenieren, dass wir da helfen, dass sie stimmig werden, dass die Menschen auch eine Sicherheit kriegen, dass wir Medikationsanalysen anbieten können, dass wir das sensibel erfragen, dass wir aber auch leichte Dienstleistungen anbieten, die jetzt nicht unbedingt drei Stunden brauchen. Auch das ist wichtig, wenn jemand gerade das erste Mal seine Medikation bekommt, dass wir ihn intensiver begleiten. Also ich könnte jetzt noch eine ganze lange Reihe aufzählen, es gibt so viel. Nur ich möchte an der Stelle mich schon noch zurückhalten mit den konkreten Dienstleistungen, die jetzt gerade in der Schiedsstelle besprochen und verhandelt werden. Weil das ist immer ungünstig, wenn wir da jetzt von außen intervenieren. Das müssen die Verhandlungspartner für sich jetzt regeln. Aber es gibt wirklich eine, finde ich, sehr dezidiert erarbeiteten Katalog mit sehr sinnhaften, der Gesundheit der Menschen dienenden, pharmazeutischen Dienstleistungen. Heidenblut, ich wüsste gerne noch, wie das aussieht. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man die Dienstleistung besser honorieren möchte. Dabei ist das ja aktuell noch in der Schiedsstelle. Gehen Sie nicht davon aus, dass es da eine gute Einigung geben wird, dass man das schon so ein bisschen vorab in den Koalitionsvertrag geschrieben hat? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube erstens, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir uns zum einen vorgestellt haben, dass wir möglicherweise schauen, was da rauskommt, dann aber nochmal überlegen, was vielleicht an Dienstleistungen, die wir uns auch vorstellen, das ist ja eine neue Koalition jetzt, die wir uns auch vorstellen, sich da noch gar nicht findet. Also wenn ich höre, dass es Skepsis oder Probleme, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich will da natürlich jetzt auch nicht reingrätschen, in Richtung Prävention gibt. Ich persönlich bin ein großer Verfechter davon, dass Apotheken da sich auch einbringen können, dass wir uns das angucken und dann schauen, wie wir diese Honorare auch in Abwägung zu den anderen Dingen, die bei den Apothekerinnen und Apothekern laufen, in einen Gleichklang bringen. Und das ist, denke ich, auch Aufgabe der Politik. Wir werden nicht am Ende die Honorarverhandlungen führen, das glaube ich jetzt eher nicht, aber wir werden zumindest nochmal deutlich machen, in welche Richtung wir uns das vorstellen. Davon gehe ich aus. Ein anderes Thema, was jetzt auch schon ganz viele Fragen hier mit sich gebracht hat, bezieht sich nochmal auf den Nacht- und Notdienst. Der soll laut Koalitionsvertrag zu einem Sicherstellungsfonds weiterentwickelt werden und eine Befürchtung der Apothekerinnen und Apotheker, die damit einhergeht, ist, dass die Autonomie der Arzneimittel Notfallversorgung verloren gehen könnte. Heidenblut, können Sie da den Apothekerinnen und Apothekern ein bisschen die Angst nehmen? Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt schon die Angst nehmen kann, weil am Ende gibt es ja noch kein Gesetz dazu, das werden wir uns dann anschauen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, das ist nicht vorgesehen. Das ist nicht vorgesehen, in die Autonomie einzugreifen, sondern es ist vorgesehen, das einfach mehr zu bündeln. Ich finde auch den Begriff Sicherstellungsfonds, muss man nochmal überlegen, wie gut das dann gewählt ist. Aber die Idee ist einfach, es nochmal besser und vernünftiger zu bündeln, aber ohne, dass wir in die Autonomie da eingreifen. Das wird dann zu besprechen sein, wenn wir die Details machen. Da kann ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Okay. Ich würde hier mal gerne eine Frage von Sven Linnertz mit einbringen, vielleicht an Frau Overwiening. Wie kann ein Notdienst besser, gerechter ökonomisch gestaltet werden? Für uns als ländliche Apotheke mit einem Notdienst von circa alle 13 Tage bei nur zwei Apothekern ist der Notdienst nicht zuletzt aufgrund relativ jung gegründeter Familien eine große Herausforderung. Also wir müssen an der Stelle schon sagen, dass wir als Heilberufler eine auch akzeptierte Verpflichtung eingehen, Notdienste zu leisten. Das ist ja gerade auch eines unserer ganz besonderen Angebote auch der Gesellschaft an die Menschen. Wenn du nachts Schmerzen hast, wenn du nachts Hilfe brauchst, dann darfst du sicher sein, dass du jemanden findest. Und wir können das natürlich jetzt nicht für alle Kammerbereiche in ganz Deutschland sagen, wie exakt dort die Belastung ist. Aber sie haben eine durchschnittliche Belastung, die letztendlich von uns getragen werden muss. Ich kann empfehlen, wenn wir jetzt an die digitale Welt denken, dass wir möglicherweise durch digitale Tools nochmal schaffen, die Verteilung der Notdienste nochmal zwischen Land und Stadt, zwischen dichterer und weniger dichter Bevölkerungsregion, dass wir das noch ein bisschen besser aufstellen können, dass die Verteilung noch ein bisschen gerechter ist. Manchmal hat man es in Kreisen aufgeteilt. Und wenn Sie zwei Apotheken haben, die jeweils an dem äußeren Rand des Kreises sind, dann sind Sie nicht weit voneinander entfernt und haben möglicherweise beide Notdienste, was dann nicht nötig wäre. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir nochmal eine bessere Verzahnung hinkriegen, möglicherweise unter uns Apothekern. Ich kenne das auch von Kammern, die haben sogenannte Notdienstapotheker, Apothekerinnen, das sind Freiwillige, die melden sich und sagen, wenn mal irgendwo, wenn es brennt, dann stehe ich auf dieser Liste und stehe zur Verfügung. Also viele Kammern führen solche Listen, dass man sich da dann nochmal auch Entlastung schaffen kann, wenn die Belastung gerade besonders groß ist. Und ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass wir über die digitalen Kontakte auch in die Notfallpraxen der Ärzte hinein vielleicht uns etwas besser noch vorbereiten können auf die verordneten Arzneimittel. Denn auch das ist ja durchaus eine Schwierigkeit im Notdienst, dass ich nicht genau weiß, welches Repertoire hat der gerade notdiensthabende Arzt und verordnet dieses Repertoire. Ich will ja auch lieferfähig sein im Notdienst. Und das ist oft der viel größere Stress oder die größere Belastung, wenn ich dann den Menschen, der im Notdienst zu mir kommt, wenn ich den dann nicht versorgen kann. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Heidenblut? Teilen Sie diese Ideen mit Vorstellungen oder haben Sie noch anderes mit? Also ich gebe jetzt zu, ich bin kein Fachmann dafür, wie man Notdienste bei Apotheken organisiert. Das ist, glaube ich, auch jetzt tatsächlich keine Aufgabe der Politik. Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass es auskömmlich finanziert ist, dass vielleicht auch Unwägbarkeiten dabei mit berücksichtigt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass große Flächenbereiche, in denen nur wenige Apotheken sind, natürlich deutlich schwieriger zu versorgen sind als eine Großstadt, aus der ich komme, wo selbst in meinem Stadtteil, glaube ich, fünf Apotheken sind. Da ist natürlich die Notdienstversorgung eine andere, weil die muss ja auch so sein, dass die Menschen sie erreichen können. Also wir können die Rahmenbedingungen uns anschauen und überlegen, sind die so, dass man diese Unterschiede bereits ausreichend ausgleicht? Oder muss da was ausgeglichen werden? Aber ich fürchte, an irgendeiner Stelle ist dann tatsächlich auch eine Grenze gekommen, weil wenn es am Ende nur eine Apotheke vor Ort im weiten Umkreis gibt oder nur zwei, dann werden die sich das irgendwie teilen müssen. Der Notdienst muss ja erreichbar sein, das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja jetzt insgesamt nochmal die Notfallversorgung anpacken. Da werden auch, das steht auch im Koalitionsvertrag, die Apotheken mit einbezogen. Das wird dann aber stärker auch wieder den Bereich betreffen, den Sie vielleicht zum Schluss angesprochen haben. Also wie kann man die Abstimmung untereinander verbessern? Wie kann man mit den Notfallpraxen, wie kann man auch mit den neuen Systemen, die möglicherweise im Notdienst entstehen, eine Verzahnung herstellen, die dann vielleicht auch zu einer Entlastung führt, wenn wir auch den stationären Sektor betrachten? Aber das ist jetzt tatsächlich sehr ins Unreine gesprochen. Also ich glaube, Rahmenbedingungen, klar, da muss man drüber reden, da muss man schauen, sind die so gesetzt, dass das geht? Aber das ganz persönliche Empfinden, das haben wir ja auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten im ländlichen Bereich, da kann man wirklich schlecht ran und da können wir wirklich politisch relativ schwierig etwas machen. Wir wollen gleich noch über die interprofessionelle Zusammenarbeit sprechen, aber vorher wüsste ich gerne noch, es ist immer mal wieder im Gespräch gewesen, die Idee kam auf, könnten nicht auch vielleicht Ärzte, die abends den Notdienst übernehmen, könnten die nicht auch gleich Arzneimittel mit abgeben? Was halten Sie von der Idee? Und vielleicht kann Frau Oberwiening danach erklären, warum sie das für keine gute Idee hält. Also ich komme ja jetzt aus dem rettungsdienstlichen Bereich. Da haben wir tatsächlich manchmal bereut, dass wir bestimmte Dinge nicht sofort einsetzen konnten, weil das bei Notfalleinsätzen dann schon nötig ist, wobei BTM und ähnliche Dinge, das geht ja, also das führt ja häufig der Notarzt dann auch mit. Aber ich halte es grundsätzlich schon für wichtig, dass wir uns anschauen, welche Profession kann was, macht das auch richtig. Und ich glaube, solange das Apothekennetz und auch der Notdienst der Apotheken so ausgebaut ist, wie wir ihn haben, ist es eigentlich wohl eher nicht nötig. Ob das zu der Entlastung des Notdienstes dann wieder führen kann, das müssen Sie untereinander klären. Das kann ich nicht genau sagen, weil das könnte natürlich sein, wenn Sie vor Ort einen Hausarzt haben oder eine Hausärztin, die auch Notdienst macht, dass man dann in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit sicherstellt. Ich glaube, die Interprofessionellen, Sie haben gesagt, Sie kommen noch drauf, Zusammenarbeit vielleicht auch an der Stelle, wird man sicherlich ausbauen müssen. Das sozusagen als Regelmechanismus zu machen, finde ich allerdings schwierig. Frau Oberwiening, wie sehen Sie die Sache? Ja, das Dispensieren, wie das ja so schön heißt, von Arzneimitteln durch Ärzte im Notdienst, halte ich für eine absolut falsche Intention. Ich sehe überhaupt auch keine Vorteile darin. Man stellt sich das, glaube ich, an der Stelle recht naiv vor, wie eine Abgabe und eine Versorgung mit Arzneimitteln funktioniert. Das ganze Regelwerk, was dahinter steht, das kann ja gar nicht geleistet werden. Wie groß müsste der Koffer sein, den der Arzt mitnimmt, um dann eine Auswahl zu haben? Uns wird oft gesagt, ja, wieso habt ihr denn nicht mehr Arzneimittel da? Ja, ich brauche doch das und das und das. Also alleine bei diesem Beispiel sieht man schon, wie absurd diese Idee ist. Das, was der Arzt direkt anwenden möchte, die Spritze, die er direkt geben möchte, das darf er ja. Das ist ja gar keine Frage. Zur direkten Anwendung, da hat er sein Arsenal dabei. Und alles andere, was der Patient danach braucht, das kann der Patient über die Apotheke wesentlich besser erhalten. Und die Apotheke versorgt ihn dann, das tut sie auch im Notdienst. Jetzt kann man sich überlegen, ob wir aus dem Notdienst heraus noch mehr Service anbieten wollen. Ist das nötig? Ist das etwas, was gebraucht wird? Weil auch da gibt es immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie in Orten fragen, ob die einen Rettungshubschrauber haben möchten, dann möchten alle Orte einen Rettungshubschrauber haben, weil ein Rettungshubschrauber, wenn er denn gebraucht wird, tatsächlich sofort zur Verfügung steht und vielleicht auch binnen von 100 Jahren ein Leben rettet. Das kann man sich rein statistisch vorstellen. Aber ist die Verhältnismäßigkeit gegeben? Und diese Frage, die muss man sich immer wieder stellen. Und wenn ich heute höre von Patientenbeauftragten, dann sagen sie mir, dass sie keinerlei Beschwerden diesbezüglich haben von Patienten. Patienten werden durch die Apotheken, auch heute schon im Notdienst, sehr gut versorgt. Engmaschig werden sie begleitet, sie werden zeitnah versorgt. Und sollte es da aber Wünsche geben, weil wir stärker in Convenience denken und sich unsere Wertevorstellung verändern, sodass wir doch eine Verhältnismäßigkeit hier mit Ja beantworten, dann kann man sich Konzepte überlegen, ob Apotheken im Notdienst möglicherweise zu bestimmten Stunden auch ihren eigenen Votendienst einsetzen. Das bräuchte aber dann, ich komme wieder zur Verhältnismäßigkeit, es bräuchte auf der anderen Seite noch die entsprechende Vergütung. Das kann natürlich nicht zu dem Tarif passieren, zu dem heute Notdienste geleistet werden, die ja da eh schon auch doch zu einer Unterfinanzierung führen. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema Finanzen. Dann schließt sich der Kreis. Dazu passt hier vielleicht auch eine Frage von Daniela Hähnel, die ein bisschen allgemeiner ist, aber an dir keinen Blut gerichtet. Was ist der SPD die zeit- und wohnortnahe Arzneimittelversorgung der Bevölkerung in Deutschland rund um die Uhr wert? Oh, die will jetzt aber hoffentlich keine konkrete Zahl hören. Aber also, was ich sagen kann, ist, dass wir die zeit- und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung für einen absolut wichtigen Punkt haben. Dass wir deshalb auch die Frage der Vor-Ort-Apotheke und der Apotheke, die da ist, die auch gut funktioniert und damit auch auskömmlich funktionieren kann, ganz deutlich im Fokus haben. Also es ist durchaus so, dass das, was wir da im Koalitionsvertrag haben, auch etwas ist, was wir durchaus auch in klarer Form tragen. Und insofern kann ich nur sagen, es ist uns viel wert. Das ist jetzt ein abgedroschener Begriff. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, wie viel tausend, hunderttausend Millionen uns das wert ist. Aber wir müssen sicherlich Geld in die Hand nehmen, um sicherzustellen, dass das Gesamtsystem so stabilisiert wird, dass wir diese Apotheke vor Ort erhalten können. Und wie gesagt, aus meiner Sicht müssen wir eben sogar noch darüber hinausgehen und dafür sorgen, dass sie noch mit mehr Dienstleistungen sogar noch besser vor Ort erkennbar und wertvoller für alle wird. Ich darf Sie das noch einmal unterstützen. Super gern. Wenn Sie sich anschauen, wie die Wertschöpfung der Apotheken im Laufe der letzten Jahre gesunken ist, im Verhältnis zum gesamten Umsatz der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann kommen wir von vor einigen Jahren bei etwa 3,4 Prozent des gesamten Haushaltes der gesetzlichen Krankenversicherung lag bei den Apotheken. Also 3,4 Prozent. Die Verwaltungskosten der Krankenkassen liegen weit, weit höher. Wenn Sie jetzt ins Jahr 2021 schauen, dann ist die Wertschöpfung der Apotheken noch bei knappen 2,3 Prozent. Das heißt also, die Inflationsrate geht nach oben, Personalkosten gehen nach oben, Der GKV-Haus hat Krankenhäuser, Versorgung über die Arztpraxen, alles steigt, aber die Wertschöpfung der Apotheke geht nach unten. Und insofern möchte ich das so unterstützen, was Sie gerade sagen. Um diese Versorgung auf diesem hohen und wirklich auch gebrauchten Niveau zu halten, bedarf es entsprechender zusätzlicher Investitionen in dieses System. Was aber dauerhaft zu Einsparungen an anderer Stelle führen wird, weil diese gute Versorgung, die schafft eben auch, dass Menschen in der Ambulanz gehalten werden können, dass Menschen nicht ins Krankenhaus müssen, weil wir eine gute AMTS haben, weil wir dafür sorgen, Prophylaxe zu betreiben und, und, und. Dann wiederhole ich mich und bin wieder bei dem von vorhin. Ich wollte es nur unbedingt nochmal unterstützen mit diesen Zahlen 2,3 Prozent Wertschöpfung. Wie wenig das ist. Bevor wir auf das Thema interprofessionelle Zusammenarbeit kommen, das habe ich nicht vergessen, aber es passt jetzt vielleicht ein bisschen besser, ist das vor Ort Apothekenstärkungsgesetz. Das war ja das große Thema der vergangenen Legislaturperiode für die Apothekerinnen und Apotheker. Und nun haben Sie eine Novellierung angekündigt. Ziemlich schnell, wie man von außen meinen könnte. Und darin heißt es auch im Koalitionsvertrag, Effizienzgewinne innerhalb des Finanzsystems sollen genutzt werden. Bedeutet das nicht eher Coastcutting, Herr Heidenblut? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also Effizienzgewinne im Finanzsystem zu nutzen, heißt nicht Coastcutting, sondern heißt im Zweifel zu schauen, wo werden möglicherweise, wir haben über Bürokratiefragen und ähnliche Dinge ja schon gesprochen, wo werden möglicherweise Ressourcen verbraucht, die ich da nicht brauche und mit denen ich Ressourcen freisetzen kann, die ich an anderen Stellen dann vernünftig nutzen kann. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen mit dem Rasiermesser oder wie auch immer durchgehe und sage, ich schneide jetzt mal überall erst mal, also das klingt jetzt blöd, nachdem wir es mir ganz zum Anfang gesagt haben mit der Erhöhung. Aber das ist eben eigentlich nicht die Absicht, dass ich jetzt sozusagen erst mal gucke, wo nehme ich was weg und dann mal schaue, wie kann das verbessert werden. Sondern unser Ziel ist ja, das, was das Gesetz sagt, nämlich die vor Ort Apotheke zu sichern, auch wirklich zu erreichen. Und das wird man nicht erreichen durch schlichtes Wegstreichen von Mitteln. Das wird im Zweifel genau das Gegenteil bewirken. Nicht im Zweifel, das wird recht sicher genau das Gegenteil bewirken. Sondern das wird man erreichen dadurch, dass man Mittel effizienter einsetzt. Da bin ich noch gar nicht, Sie haben gesagt, ich bin lange im Gesundheitsbereich und bin gerade erst Berichterstatter für Apotheken. Ich will das nur wenigstens erwähnen. Da bin ich jetzt noch nicht so tief drin. Also ich habe bisher in allen Gesundheitsbereichen gesehen, dass es auch Dinge gibt. Bürokratie ist ein Aspekt, aber manchmal eben auch Doppel. Also wir kennen ja auch Doppeluntersuchungen in dem Ärzten und so weiter und so fort, wo man überlegen kann, ob die Kosten wirklich gut eingesetzt sind. Effekte, die sich aus Digitalisierung ergeben etc. pp. Aber nicht, um das Geld rauszunehmen aus dem System, sondern um es effektiver einzusetzen. Und an sich, und das haben wir gerade bei den Dienstleistungen ja auch deutlich in den Koalitionsvertrag geschrieben, geht es darum, adäquate Honorierung reinzupacken ins System. Und auch das wird Teil der Novellierung, denke ich. Beruhigt Sie das erst mal, Frau Oberwienig? Also ich setze schon sehr auf das parlamentarische Verfahren, sage ich mal an dieser Stelle. Und natürlich ist es gestern sehr schockierend gewesen. Nur ich denke mal, wenn wir hier an der Stelle zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, dann auch aus diesem Referentenentwurf dieses pauschale Rasieren wieder rauszukriegen, dann können wir anschließend sehr gut kreativ und konstruktiv weiterarbeiten. Ich glaube, das muss unser gemeinsames Bestreben sein. Also wir müssen natürlich die GKV-Finanzen in den Griff kriegen. Ich denke, das ist auch in jedermanns und auch in jeder Apothekerins Interesse, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird das System kollabieren irgendwann. Das geht natürlich auch nicht. Aber wir müssen das mit Maßnahmen machen, die erstens dazu geeignet sind und zweitens, die nicht ein anderes System ins Wanken bringen, was wir genau nicht erreichen wollen. Und das, wie gesagt, ich kenne den Gesetzentwurf noch nicht. Ich kenne auch die Berechnungen noch nicht. Insofern betue ich mich jetzt sehr schwer, zu sagen, was das wirklich kostet oder nicht kostet und wen es wie trifft. Aber das müssen wir uns sehr genau angucken. Und da sind wir uns einig, das darf nicht passieren. Und da werde ich auch einen Blick drauf haben im parlamentarischen Verfahren. Ja, das klingt erst mal beruhigend für die Apotheker, auf jeden Fall. Jetzt komme ich aber wirklich zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit. Auch da lässt der Koalitionsvertrag eine Menge Fantasie sozusagen zu. Ist doch schön. Ja, und jetzt wollen wir doch mal hören, was stellen Sie sich vor? Wie sollte die aussehen? Also ich kann mir viele Bereiche vorstellen, in denen wir eine andere Form oder eine Form der Zusammenarbeit haben. Die Apothekerinnen und Apotheker zum Beispiel haben ja jetzt auch begonnen, sich stärker für das Thema Impfen zu erwärmen sozusagen. Für mich persönlich ein durchaus wichtiger Punkt. Der funktioniert nur in Zusammenarbeit. Also da findet ja jetzt zum Beispiel die Schulung in aller Regel über das ärztliche System statt. Und die Apothekerinnen und Apotheker sind dann aber diejenigen, die es umsetzen. Die Frage, wir hatten das im Notdienst schon angesprochen, wie können Zusammenarbeit in anderer Form auch im Notdienstbereich möglicherweise da sein. Wir haben die Frage, die wir insgesamt im Notdienst stellen müssen, wie das auch mit den Apothekerinnen und Apothekern funktioniert, wenn wir das Notfall-Notfall-System, damit ist jetzt weniger das ärztliche Notdienstsystem, ja gemeint, das gesamte System umbauen. Da muss eine andere Form der interprofessionellen Zusammenarbeit da sein. Wir haben jetzt bei Corona, sprich vielleicht ein heikles Thema an, aber erlebt, dass wir auch, weil wir ja nicht wollten, dass Menschen so oft in die Apotheke gehen, was natürlich ansonsten vielleicht kontraproduktiv ist, aber das war ja auch der Corona geschuldet, dass wir zum Beispiel mehr Flexibilität an den Tag gelegt haben. Wer jetzt die Frage von Verordnungsgrößen, Abgabemengen etc. Wir müssen überlegen, Medikationsplan, wie da eine andere Form der interprofessionellen Zusammenarbeit laufen kann, wenn ich höre, dass das häufig nicht so gut funktioniert. Also ich habe mich damals schon beim Digitalen sehr dafür eingesetzt, dass die Apothekerinnen und Apotheker anders beteiligt werden, leider mit nicht so ganz großem Erfolg. Aber ich finde es wichtig, dass an all den Stellen, wo die Zusammenarbeit notwendig ist, man mal genau drauf guckt und sagt, wie kriegen wir es hin, dass diese Zusammenarbeit auch besser funktioniert. Ob das jetzt im Übrigen nur zwischen Apothekerinnen und Apothekern und der Ärzteschaft der Fall sein muss, oder ob das nicht auch mit anderen Therapeuten, also ich denke auch an psychotherapeutische Fachberufe etc., mit anderen Fachberufen noch mal angeguckt werden muss, da bin ich jetzt auch noch nicht so weit, das detailliert zu sagen. Aber es gibt eine Menge Punkte, glaube ich, an denen wir ansetzen können. Da geht doch direkt meine Frage an Frau Oberwiening. Wenn da noch nicht so viel konkret geplant ist, was wünschen Sie sich dann? Vielleicht können Sie ein paar Ideen noch mitgeben. Wir haben vor einigen Jahren einen sogenannten Baumberger Impuls mal in Westfalen-Lippe auf den Weg gebracht mit der Ärztekammer seiner Zeit. Und wir waren uns einig, dass wir Arzneimitteltherapiesicherheit letztendlich nur interprofessionell hinkriegen. Und das bedeutet möglicherweise, dass auch Arzt und Apotheker, Ärztinnen und Apothekerinnen auch ein therapeutisches Team sein können. Dass man durchaus sich eben kurz schließt, da gibt es vielleicht eine feste Art, wie man kommuniziert, könnte digital sein. Hier gibt es die Wechselwirkung und wie können wir das jetzt hier zusammen regeln. Dass aber dann auch Entscheidungshoheiten tatsächlich geteilt werden und auch Apotheken sich dann verbindlich einbringen können. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch an anderen Stellen Entlastungen. Mal so, mal so. Wenn es darum geht, dass Menschen mit einer Dauermedikation in die Apotheke kommen und haben aber vergessen, ihr Rezept zu holen. Jetzt ist die Arztpraxis entweder weit weg oder sie ist vielleicht gerade geschlossen. Hat der Apotheker, hat die Apothekerin über die Medikationsdatei, die sie hat, eben auch dann die Möglichkeit, diese Dauerverordnung wieder auszulösen auszulösen und im Anschluss dann das mit dem Arzt zu klären beziehungsweise der Patient da mit seinem Arzt. Also da kann ich mir vorstellen, dass wir Reibungsverluste, Staus, Unverständnis oder fehlende Convenience, wie sie ja oft heute genannt wird von Seiten des Patienten, dass wir so etwas dann auch verhindern, dass wir da viel, viel mehr zusammenarbeiten können. Möglicherweise geht es auch über telemedizinische Dinge noch. Ich glaube, da fehlt uns heute vielleicht an einigen Stellen noch tatsächlich die Fantasie, wie wir auch telemedizinisch zusammenkommen können, welche auch möglicherweise bei einer Infrastrukturkomponente, kleiner Ort, was können wir tun, dass zumindest die Apotheke dort bleibt und könnte sie vielleicht dann telemedizinisch mit einer Arztpraxis Kontakt aufnehmen. Also auch das wären interdisziplinäre Ideen. Beim Impfen könnte ich mir auch so etwas vorstellen, was auch noch dem Impfen vorgelagert ist. Die Apotheken machen vielleicht den Check des Impfpasses und sagen, das und das und das sind die Impfungen, die jetzt nötig wären. Mit diesem Kärtchen, mit diesem Impfkärtchen geht dann der Patient oder der Impfling oder der Impfgast in die Arztpraxis. Dann weiß die Arztpraxis schon, ah ja, das ist ja prima. Dann ist das schon geprüft. Dann ist da weniger Zeit, die dort verbraucht werden muss. Und man hätte auch eine gute interdisziplinäre Arbeit. Also ich glaube, ganz viel gibt es da zu tun. Ja, wir haben ja auch in der Pandemie gesehen, die Apothekerinnen und Apotheker haben ja auch viele Aufgaben übernommen. Die Abde hat immer gerne gesprochen von mehr Beinfreiheit. Wie sind dann die Kollegen vor Ort damit umgegangen tatsächlich? Sehr, sehr verantwortungsbewusst. Also die Krankenkassen haben ja trotz dieser sogenannten Beinfreiheit, dass wir die Rabattverträge denn nicht entsprechend bedienen mussten, wenn es denn gerade nicht ging, damit eben die Menschen nicht wieder und wieder in den Kontakt kommen mussten. Und die Einsparungen für die Krankenkassen waren in 2021 immens hoch, höher denn je. Also man hat gesehen, es hat quasi gar nichts, gar keine Auswirkung gehabt. Aber Apotheker wollen ja die Rabattverträge bedienen und tun es ja auch. Aber wenn es denn im Einzelfall nicht möglich ist, dann müssen sie die Entscheidungsfreiheit meines Erachtens unbedingt beibehalten über die Pandemie hinaus, dass sie das weitermachen dürfen, um die Menschen besser zu versorgen. Dieses sklavische Daranhalten führt oft tatsächlich zu einer Nichtversorgung der Menschen. Die Menschen sind irritiert und sind dann wirklich auch verunsichert oder sind verärgert. Und an der Stelle muss es möglich sein, dass wir als Heilberufler, als die Kompetenz im direkten Kontakt mit den Menschen, dass wir entscheiden dürfen, in diesem Fall gebe ich es meinem Patienten jetzt mit, auch wenn es nicht das Rabattarzneimittel ist. Sie können sich darauf verlassen, dass die Apothekerinnen und Apotheker damit sehr gewissenhaft umgehen. Und da komme ich gleich noch auf eine Frage, Herr Heidenblut. Jetzt Ende Mai würden ja diese Sonderrechte, über die wir eben gesprochen haben, auslaufen, wenn die Politik nicht anderweitig tätig wird. Gibt es da eine Idee schon zur Entfristung? Nein, und ich glaube, eine pauschale Entfristung wird es auch nicht geben, weil das ist ja ein Paket von ganz vielen. Also das ist ja nicht nur die Rabattfrage, da gibt es auch Verordnungsfragen aus den Kliniken. Also da gibt es ja eine Menge Dinge, die da letzten Endes drin sind. Wobei ich persönlich glaube und mich auch dafür einsetze, dass wir uns sehr genau angucken, was wir sinnvoll finden und erhalten müssen. Das könnte ein Punkt sein. Ich komme ja selbst, da war ich nämlich vorher für zuständig, aus dem Bereich Drogensucht. In der Substitutionstherapie gibt es auch eine Reihe Dinge, die ich gerne erhalten würde, wo zum Teil auch Apotheken sehr gut beteiligt sind. Also wir müssen uns das Paket angucken und können es auf der einen Seite nicht einfach auslaufen lassen, aus meiner persönlichen Sicht, da rede ich jetzt aber nur über meine persönliche Sicht. Wir können es aber auch nicht einfach eins zu eins mal eben in die Zukunft und auf Dauer übertragen. Es gibt schon auch Regelungen, die wir tatsächlich nur gemacht haben, weil sie auch nur unter Corona Sinn gemacht haben. Aber es gibt ein paar Regelungen und für mich gehört durchaus auch die Frage zumindest einer bestimmten Flexibilität innerhalb der Apotheke. Das ging ja nicht nur um die Frage sozusagen Austausch des Medikaments, sondern auch Größenabgaben. Ganz genau. Wenn ich das richtig weiß. Das heißt, dass wir eine bestimmte Flexibilität einfach auch erhalten müssen, ohne dann am Ende wieder einen Bürokratierattenschwanz dran zu hängen. Das ist ja immer das hohe Risiko dabei. Und das, glaube ich, werden die Apothekerinnen und Apotheker auch nicht mitmachen. Aber das müssen wir uns schon genau angucken. Also meine Vorstellung wäre, dass wir, und ich hoffe, dass wir das auch tun werden, dass wir bis Ende Mai, vielleicht nicht ganz so kurzfristig, wie wir es jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz machen, aber bis Ende Mai eine vernünftige Regelung haben, die wir auch mit den Fachverbänden abgestimmt haben, was man jetzt sinnvoll übertragen kann und was nicht. Da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Sichtweisen geben, aber das muss man dann schauen. Wir werden Ihnen jetzt einige Vorschläge dann in den nächsten Wochen machen. Dann kommen wir darüber in die ganz konkrete Umsetzung, dass wir doch etliche Sachen verstetigen und dann in einer wirklich auch sehr sinnvollen und guten Form. Das interessiert unsere Zuschauer, die übrigens die ganze Zeit noch Fragen stellen können. Die habe ich immer auf dem Screen. Also nochmal die Erinnerung gerne über Facebook oder auch über die E-Mail-Adresse lassunsreden.abda.de. Aber uns interessiert natürlich auch, welche sind dann das? Welche Sachen sollten verstetigt werden aus Ihrer Sicht? Und wo könnte sich Herr Heidenblut vielleicht schon dazu... Ja, wichtig, das, was ich eben schon gesagt habe, dass wir Rabattverträge auch nicht bedienen können dürfen. Die Packungsgrößen ist wichtig, wenn wir haben die Problematik der Lieferengpässe immer wieder. Da brauchen wir große Flexibilität. Jetzt war es beim Tamoxifen gerade, dass wir die Flexibilität nochmal extra bekommen haben, dass solche Möglichkeiten da sind, und dass wir die Darreichungsformen nochmal austauschen können, ob es ein Dragee oder eine Kapsel ist, dass wir da intervenieren und entsprechend unsere Entscheidungen fällen dürfen. Das sind wichtige Dinge möglicherweise. Das muss man dann im Einzelfall nochmal betrachten, ob wir auch aus der Wirkstoffgruppe nochmal austauschen wollen. Das wird dann sicherlich nur in bestimmten Fällen nötig sein, also dass wir solche Austauschmöglichkeiten kriegen. Und Entscheidungshoheiten sind das letztendlich, die bei der Apotheke liegen und auch da ohne große Bürokratie. Auch jetzt ist es ja mit einer relativ, noch relativ geringen Bürokratie. Ich muss Covid natürlich vermerken. Aber dann muss es auch gut sein. Dann ist es eine Entscheidung des Heilberuflers, Apotheker, der Heilberuflerin, Apothekerin, die hat es gemacht und dann ist es gut. Da muss es nicht noch wieder weiter bürokratisch, wie Sie das eben schon richtig gesagt haben, Bestätigung im Anschluss, darf es da nicht mehr geben. Dazu noch eine konkrete Nachfrage von mir. Wir hatten ja auch die Corona-Impfungen, die möglich waren in der Apotheke. Können Sie sich vorstellen, dass es auch mit den Grippeimpfungen so weitergehen könnte, dass es in der Apotheke geht? Also wir haben ja Modellvorhaben dazu auch laufen. Wenn es nach mir persönlich geht, ich war damals schon sehr für das Modellvorhaben, würde ich mich freuen, wenn das auch machbar wäre. Weil ich glaube, nach allem, was ich höre, ich glaube, die Evaluation ist ja noch nicht abgeschlossen, das Ganze ist, habe ich noch nichts Abschließendes gesehen. Aber nachdem, was ich sozusagen höre, auch was ich vor Ort höre, da wo sich Apotheken an der Corona-Impfung beteiligt haben, leider ja relativ spät eingestiegen. Ich glaube, wir sollten, also das war nicht das Problem der Apotheken, sondern das war ja unser Problem eher, wir sollten da auch vielleicht noch mal in anderer Form Werbung machen. Das läuft ja immer noch, da brauchen wir ja immer noch die Kraft, die wir da haben. Aber das, was ich höre, ist, dass auch die Menschen durchaus zufrieden sind damit. Und das ist einfach auch ein sehr niedrigschwelliger Zugang. Und nochmals, ich muss nicht extra dann an der Stelle in die Arztpraxis, weil das ist eben so eine Impfung, die kann ich dann sozusagen mitnehmen, wenn ich vielleicht auch mein Schmerzmittel hole oder irgendwas anderes mache. Und insofern ist das einfach für mich auch ein wichtiger Aspekt. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn das, ich würde mich auch freuen, wenn sich noch mehr Apotheken beteiligen würden, wenn das wirklich auch ins Portfolio aufgenommen würde. Ich weiß, dass das nicht allen so gefällt, aber meine persönliche Sicht ist das schon. Gut, dann warten wir mal ab, was das Modellprojekt so für Ergebnisse bringt. Jetzt habe ich noch eine Frage, da geht es um Arzneimittelmarkt und Investoren an Herrn Heidenblut. Robert Sibbel fragt, stört es Sie persönlich oder die SPD, dass der deutsche Arzneimittelmarkt zunehmend von ausländischem Kapital dominiert wird? Die Gesundheitsversorgung in Deutschland als Spielball von Spekulanten. Ist das wirklich von Ihnen, Ihrer Partei oder Ihren Wählern gewollt? Nö. Kurz und knackig. Da meinen Sie jetzt gar nicht, das ist ja fast eine rhetorische Frage gewesen. Ich denke auch. Mich zu fragen, ob mich das nicht stört, also das stört uns natürlich schon massiv. Wir müssen doch mal gucken, wie wir das besser in den Griff kriegen. Das ist aber nur ein Problem, was bei dem Arzneimittelmarkt in Deutschland stört. Ein weiteres Problem ist, das haben wir ja gerade, Sie haben das Medikament angesprochen, gemerkt, dass wir viel zu abhängig sind von Lieferketten, viel zu abhängig sind von vielen anderen Einflüssen. Das heißt, darum haben wir jetzt nicht gesprochen bisher. Wir müssen natürlich auch an der Verfügbarkeit von Arzneimitteln noch bei anderer Form arbeiten. Auch was möglicherweise andere Vorhaltefragen angeht. Da werden dann vielleicht auch Apothekerinnen und Apotheker wieder nochmal anders gefragt sein. Also da gibt es ja eine Menge Punkte, die man noch ansprechen muss. Und ja, das stört mich natürlich schon. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir auch noch über die ganzen Lieferketten sprechen würden. Ich würde lieber nochmal auf ein anderes Thema kommen, was gerade auch aktuell diskutiert wird, und zwar das E-Rezept. Die Verschiebung, die mehrfache Verschiebung, die sorgt ja immer wieder für Unmut, aber auch für Verunsicherung. Vielleicht können wir erst mal von Frau Oberwiening hören, wie die Apothekerinnen und die Apotheker das aufgenommen haben. Das E-Rezept als solches ist ja eine Form der digitalen Versorgung, die wir unterstützen. Und alle Apothekerinnen und Apotheker haben sich auf den Weg gemacht und haben sich vorbereitet und wollen das auch aktiv, proaktiv unterstützen und auch den Menschen helfen, dass sie damit zurechtkommen. Das ist unbedingt vorgeschickt. Wir haben uns auch darauf eingestellt, dass es zum 01.01.2022 dann als Pflichtanwendung kommen wird, mussten aber dann im Laufe der letzten Monate des Jahres 2021 ja feststellen, dass die Abrechnungsdaten, die bei den Krankenkassen ankamen von den Test-E-Rezepten, dass die nicht ausreichend Informationen enthielten, dass die Informationen nicht von der Krankenkasse eingelesen werden konnten, eingesehen werden konnten. Und das hätte dazu geführt, dass die Krankenkasse, das sind keine Signaturen, ich kann es nicht wirklich verifizieren, dass die Krankenkasse diese belieferten Rezepte nicht bezahlt hätte. Und insofern musste da die Notbremse gezogen werden. Wir haben hier noch Probleme in der Umsetzung und ich finde das sehr begrüßenswert, auch die Art und Weise, wie jetzt dieses Problem angegangen wird. Nämlich wir setzen nicht wieder einfach einen Termin fest, sondern jetzt ist von Seiten der Gematik angepeilt, 30.000 elektronische Rezepte müssen reibungslos ohne jeden Fehler von A bis Z, also von Erstellung bis zur Abrechnung durchgelaufen sein. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz und der richtige Weg. Wenn wir das jetzt haben, die 30.000 hätten wir, dann wird überlegt, so, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt der nächste Schritt. Das ist, glaube ich, genau die richtige Vorgehensweise. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Apothekerschaft auch ein bisschen beunruhigt, weil ein elektronisches Rezept ja auch die Fantasie anregt von, sind wir wieder bei dem Großkapital, von digitalen, vielleicht Start-ups oder von auch Menschen, die gerne viel Geld investieren möchten in neue Ideen. Was kann man denn jetzt ganz Neues damit machen mit dem E-Rezept? Und ich glaube, das ist etwas, da ist wieder Politik auch gefragt, dass sie sehr sensibel beobachtet, was passiert in diesem digitalen Gesundheitssektor. Haben wir das alles so aufgebaut, dass das gesichert ist, dass ich die Unabhängigkeit habe, der Apothekerin, Apotheker, der Ärzte und Ärztin, dass ich die freie Apothekenwahl für die Patientinnen und Patienten habe, dass sie wirklich Entscheider sind. Ich möchte, dass es genau in diese eine, meine Apotheke geht und nicht woanders hin. Also die Patienten müssen die Herren auch der Daten sein und die Entscheidungshoheit haben. Habe ich vielleicht durch das E-Rezept etwas wie eine, ich sage mal, Trivialisierung der Arzneimittelversorgung, dass man sagt, ach so, das kann ich einfach so im Kosmos hier rumschicken, das ist gar nicht mehr was Besonderes. Da muss man auch aufpassen, wo gibt es da Grenzen? Nein, das geht eben nicht. Also es muss immer auch der Kontakt mit dem Arzt gewesen sein und wenn es denn ein digitaler Kontakt war, aber es muss ein Kontakt da gewesen sein, bevor ein Rezept ausgestellt wird. Sie haben heute durchaus einfach Fragebögen im Internet. Da wird angekreuzt, was man gerne hätte und unten drunter sagt Ihnen noch der Algorithmus, naja, Sie müssten Frage 3 nochmal anders beantworten, damit wir Ihnen das geben können. Dann geht man nochmal auf Frage 3 und antwortet anders und dann heißt es unten im Text, dass das Medikament von der XY-Apotheke zugesandt wird, nachdem diese Apotheke sich, wo auch immer, ein Rezept geholt hat. Weil Sie haben ja alles angekreuzt. So etwas ist ein, nach meiner Auffassung, ein rechtsfreier Raum geworden, auf den haben Sie gar keinen Einfluss mehr, wenn Sie den Patienten schützen möchten. Und so etwas, da ist die, glaube ich, große Aufgabe für die Politik, wenn sie E-Rezepte sicher für alle auf den Weg bringen will, dass sie sich auch mit solchen Auswüchsen beschäftigt und überlegt, wie können wir hier Grenzen setzen und können die Menschen davor schützen. Also zum einen glaube ich natürlich, wir haben schon bei der Frage E-Rezept eine Reihe Bremsen reingeschlagen an verschiedenen Stellen, gerade auch um davor zu schützen, dass hier zum Beispiel Handel mit Rezepten betrieben wird, diese Plattformfragen und so weiter und so fort, da haben wir ja durchaus Grenzenreihe. Das, was Sie jetzt schildern, höre ich tatsächlich das erste Mal, dass, ich bin nicht mal sicher, ob das ein rechtsfreier oder nicht schon ein rechtlich bedenklicher Raum ist, aber da lebe ich mich jetzt mal nicht fest, aber das ist etwas, was natürlich kein Mensch wollen kann, dass ich quasi mein Rezept ungesehen, das verstößt ja auch gegen den ärztlichen Kodex in jeglicher Form, ungesehen bei irgendwem mal bestelle, nach persönlichem Wunsch, bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, das geht ja nun überhaupt gar nicht. Also das muss man sich dann nochmal anschauen. Klar ist, das E-Rezept soll am Ende Fortschritt bringen, soll schnellere Dinge bringen, soll auch Patientinnen und Patienten durchaus entlasten, soll aber auch das System entlasten, aber es soll natürlich nicht das System sozusagen von den Füßen auf den Kopf stellen, in dem Fall ja natürlich, sondern es soll ein sicheres System sein, es soll ein vernünftiges System sein und natürlich, und dafür haben wir auch bei der elektronischen Patientenakte gekämpft und das gilt beim E-Rezept genauso, die Patientin, der Patient muss die Hoheit über dieses Rezept haben, aber eben auch nicht die Hoheit in der Form, wie Sie sie gerade geschildert haben, also ich bestelle mir mal mein Medikament bei irgendeinem Arzt, den ich gar nicht kenne, auch das kann natürlich nicht am Ende das Ergebnis sein, das muss man sich sehr genau angucken, es ist halt nun leider immer so, dass gerade digitale Neuerungen auch viele pfiffige neue Ideen in den Menschen aufkommen lassen, dann müssen wir dann wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachbessern, aber das ist, sage ich mal, ich nehme das jetzt mal mit als Information, das ist tatsächlich mir noch nicht untergekommen, dass man das zeigt, Zeig dir ein paar Seiten. Okay, ich habe die am Ende bestellt, nein, um Gottes Würde, ich gehe eh immer um meine Apotheke. Sehr schön, dann haben Sie das auf jeden Fall im Blick, Ich habe die Zeit im Blick, wir haben noch drei Minuten, deswegen würde ich gerne noch eine Frage aus dem Publikum, was ja nicht bei uns ist, sondern zu Hause mitnehmen. Da geht es um das Thema Bürokratie und Joachim Schwendinger fragt, das größte Bürokratiemonster für Apotheken ist die Präqualifizierung. Bitte arbeiten Sie darauf hin, dass dies abgeschafft oder zumindest vereinfacht wird. Haben Sie das im Blick, Herr Heidenblut? Also ich ja, ob das alle im Blick haben, weiß ich nicht. Ich habe selbst mal ein Präqualifizierungsverfahren machen dürfen und weiß daher, was das für einen Aufwand mit sich bringt und kann auch an bestimmten Stellen, wo Apothekerinnen und Apotheker das abverlangt wird, gar nicht verstehen, warum das jetzt abverlangt wird, weil wir haben da eine entsprechende Expertise. Also aus meiner Sicht müssen wir uns tatsächlich das System auch noch mal angucken. Das war sicherlich gut gemeint, davon gehe ich erst mal auf, aber auch nicht alles, was gut gemeint ist, sondern am Ende gut gemacht. Insofern ja, ich habe das im Blick, aber das heißt noch nicht, dass wir es insgesamt, es steht zumindest im Koalitionsvertrag nicht drin. Das habe ich immer gesagt, das muss ich immer zusagen. Dafür steht ja im Koalitionsvertrag, dass Sie den Bürokratieabbau beschleunigen wollen. Richtig, da können wir drunter fassen. Da können wir das hier mit einordnen, genau. Und da könnte ich Frau Oberwiening auch gleich noch mal fragen, wo könnte man da noch Bürokratie abbauen aus Ihrer Sicht? Ich bleibe noch mal kurz bei der Präqualifizierung, Präqualifizierung, weil das hat der Kollege wirklich so genau pointiert, diese Präqualifizierung, das ist eine doppelt und dreifach vorgenommene Qualitätssicherung, die wirklich jeder Grundlage entbehrt, weil alles das, was oder ein Großteil dessen, was da drunter fällt, was ich nur dann abgeben darf, wenn ich zusätzlich präqualifiziert bin, das ist so etwas wie Pennnadeln, dafür sind wir qualifiziert. Wir haben eine Betriebserlaubnis, die attestiert uns, dass wir entsprechend der Apothekenbetriebsordnung unsere Apotheke ordentlich führen mit all den Anforderungen. Und dann kommt sozusagen noch mal das gleiche Anforderungspotenzial, das versteht kein Mensch. Und da müssen wir so schnell wie möglich dran gehen und müssen einfach für die normalen Apotheken üblichen Waren diese Präqualifizierung komplett streichen, für nicht Apotheken übliche Ware. Kann ich mir das ja an einigen Stellen vorstellen, Orthesen, die man noch mal verformen muss, wo ich möglicherweise noch mal ganz andere handwerkliches Geschick auch einbringen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir das erreicht haben, haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Teil. Also das wird auf jeden Fall etwas sein, was eine Erleichterung ist. Jetzt weiß ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch bei ähnlichen Dingen noch träumen vielleicht die Dokumentation der Betäubungsmittel oder der Arzneimittel aus dem Transfusionsgesetz. Da gibt es auch einige Dokumentationen, gerade beim Transfusionsgesetz, die sehr streng auch sofort sanktioniert werden. Da müsste man sich da noch mal drüber unterhalten. Aber ansonsten diese Dokumentation dieser stark wirksamen Arzneimittel, ich denke, das ist etwas, was wir durchaus eben weiterführen sollten. Das gibt einfach noch mal eine Sicherheit. Aber die Bürokratie, die aus vielen Versorgungsverträgen mit der Krankenkasse entsteht, da wäre viel möglich, dass man da entlastet. Da weiß ich nur nicht genau, Herr Heidenblut, inwieweit Sie uns da helfen können, dass Bürokratie, die ja entsteht im Vertragsverhältnis Deutscher Apothekerverband, Apothekerschaft mit den Krankenkassen, wie Sie uns da helfen können. Da müssten wir noch mal kreativ werden. Ich denke, das lässt sich noch mal fortsetzen. Leider nicht mehr heute, denn wir kommen langsam zum Ende. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute das Gespräch mit mir und miteinander geführt haben. Ich denke, das setzen wir auch noch mal fort. Und ich freue mich, dass Sie auch an dem Zuschauerbildschirm zu Hause dabei waren. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Stimme hier vorlesen. Da geht es nämlich um Wünsche. Egbert de Boer meint, zwei Wünsche hätte ich als Apothekeninhaber für die Zukunft. Dauerhaft bessere und vor allem verlässligere Verdienstquellen für die öffentliche Apotheke. Außerdem brauche es eine Ausbildungsoffensive, damit in Zukunft genug PTAs und Apothekerinnen ausgebildet werden und vor allem den öffentlichen Apotheken dann wirklich zur Verfügung stehen. Also den Wunsch, den gebe ich noch mal mit an die Runde. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.